Quant in 8 Jahren auf 10k? Kann passieren, kann passieren. Ey, wir haben nur 14 Millionen Coins. Ich glaube 14 Millionen waren das, ne? Das Projekt ist Bombe. Ich hoffe, ich hoffe, dass die irgendwann mal, ich weiß nicht, ob die das planen, aber ich hoffe, dass die irgendwann mal ihre eigene Blockchain launchen und das nicht mehr über Ethereum laufen lassen, weil alle sind so bullisch auf Ethereum gestimmt. Ich weiß nicht, ob Ethereum langfristig, wisst ihr, seit das mit der XRP-Klage war und so viel ans Tageslicht gekommen ist, wie viele, wo Ethereum alle seine Finger ins Spiel hat und wie viele dreckige Geschäfte durchgeführt worden sind. Gut, die Ethereum jetzt nicht selbst, aber die Enterprise Ethereum Alliance, Joe Lubin, der Ex-Gründer von Ethereum auch, der hat auch richtig viel Kacke am Stecken, ne? Aber gut, vielleicht wird das zukünftig gar keine Einflüsse auf Ethereum haben. Kommt Ethereum 2.0, das Ding geht weiter durch die Decke, kann auch passieren, ne? Aber irgendwie hat mir das so ein unbehagliches Gefühl gegeben. Und ich würde mir wünschen, dass Quant seine eigene Blockchain hat. Schöne, eigene, stabile Blockchain oder wenigstens auf einer anderen Blockchain als Ethereum nochmal, als Ergänzung oder sowas. Aber ja, guckt euch das an, Maximum Supply 14.613.000 und die haben mal einfach Mega-Fundamentals, ne? Mega-Fundamentals. Man könnte sagen, sie wird die API-Verbindung der Blockchain werden. Das ist das, was Quant ungefähr machen wird, ne? Eine Blockchain-Bridge werden die schaffen, die werden die Kommunikationsfähigkeiten zwischen vielen verschiedenen Blockchains ermöglichen. Ähnlich wie Chainlink, aber gut, Chainlink ist nochmal ein richtig dicker Oracle. Der hat nochmal andere Fähigkeiten noch, aber es geht auch in die gleiche Richtung, ne? Und guckt euch das an. Die haben auch so viele Partnerschaften. Sind auch verpartnert mit Ripple, zusammen auch in der Digital Pound Foundation drin. Ich sehe einfach Riesenpotenzial an diesem Projekt. Riesen, Riesenpotenzial. Registriere dich jetzt bei Bitwavo und profitiere von den Vorteilen.